Leleleu, neuer Morgen. Wetter. Schöner Sonne, scheiße. Kannst du mal bitte wieder regnen? Queen of Sossen. Aki-Rolle. Ja gut, ich hab... Jetzt hab ich wirklich das auch richtig großkönig. So. Ach, sieht das schön hier aus. Falsches Objekt. Okay, ich habe keine Melonen mehr. Die ich hier gerade demonstriert bekomme. Ich glaube, ich kaufe mir gleich nochmal Radiesseinsaat. Weil die scheinen auch relativ schnell zu wachsen. Und ich habe immerhin noch sieben Tage. Das mache ich auch. Ein bisschen kann ich davon gleich noch kaufen. Zack, 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 zack. So. Ach, sehr schön. Zack, zack, zack. Richtig. So. Drei Stück. Machen wir gleich zwei Gold. Warte, dann können wir schon mal zwei Sprichlabor. Das hat doch schon mal was. Das hat doch schon mal was. So. Jetzt sind wir erstmal hier. Gleich herauf. Wie, wisst ihr was? Das kann ich aber auch nicht machen. Ich werde keine weitere Radiesseinsaat kaufen. Ich werde, also ich werde gleich noch acht Stück kaufen, die dann halt hier hinpacken. Das Feld werde ich jetzt noch ausarbeiten. Und dann werde ich wirklich am 25., also in vier Tagen werde ich die Gießkanne zum Schmied bringen, dass sie vor Ende Sommer fertig ist. Es tut mir dann hier für den Kram leid, aber ich möchte halt wirklich zum Herbst hin, weil ich werde nicht alles schaffen, möchte ich halt dann schon die Gießkanne noch mal ausgebessert haben. Wir werden uns natürlich Sprinkler bauen, so viel, umso gut wir können. So, ne, klar. Hier kann man kurz auch was zu trinken, bitte schön. So, das steht außer Frage. So. Wir können uns jetzt theoretisch auch gleich schon zwei Stück bauen. Ähm, aber wir brauchen halt noch mehr Gold, aber die Viecher da unten sind halt, äh, richtig böse. So, ähm, babababam. Ich gehe mal kurz unten gucken. Bei dem Herrn von und zu, äh, sag mal schnell. Fahrende Händler, da gehe ich noch mal in den Secret Wood, gucke, ob da vielleicht noch so ein paar, äh, Fahnen stehen. Fahne, vor allem. Fahne. Yeah, ich hab ne Fahne. Das könnte man jetzt auch falsch deuten. Äh. Hallo. Ihr habt mir gefunden. So, was hat er denn hier? Ein Eel und ein Puffer, Fisch, Minus, sondern Energie, also in der Frist bist du tot. Rote Beete. Red Plates. Boah, plus 50 Max Energie. Eine Kaktusfrucht, die ist natürlich auch sehr schön. Ein Hering, schreibt mein Hering mit Doppel-R. Und eine Rare Seed nehmen wir natürlich mit. Ich bin fast über die Kaktusfrucht mit dem 75 Energy. Naja, da kann ich schon besser sein. Oder unten zum Beispiel. Das können wir mitnehmen. Nämlich auch ein bisschen Energie, nicht viel, aber es gibt so, da drin war ja Schleim. Wie hier schon wieder, oh, die Dinger wachsen nach. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh, die sind ja wanted hier. Ja, teilweise jedenfalls. Was haben wir denn da? Ein Red Mashroom. Schön, was zu verkaufen. Zack. So kann man sich hier immer wieder Hartmut holen. Ja, das ist ja auch praktisch. Zack, den nehmen wir auch mit. Ich mache mir auch ein paar Kräser. Hier ist ein Faden, nee, zwei sogar. 35 Energie. Kann man machen. Dafür, dass es den hier umsonst gibt, ist das schon in Ordnung. So. Ich wollte ja eigentlich noch einmal Clay sammeln, ne? Kriegen jetzt Dreck her. Oh, hier ist noch ein Pilz. Eigentlich müsste ich dafür ein bisschen umbuddeln. Weil da könnte ich mir endlich das Helo anfüllen. Boah, bei 100 Gold habe ich ja locker. Wo komme ich hier? Ah. So, manchmal ist es ein bisschen knifflig da rauszukommen. Ich will das da haben. Was ist das? Egal, ich will zu haben. Ich will alles haben. Alles. Das ganze Land hier ist meins. Das können wir, mir allein. So. Unsere Beziehungen müssten wir allerdings auch mal wieder ein bisschen pflegen. Wir kommen ja absolut gar nicht voran. Das heißt, mir geht es gleich erstmal, Leute beschenken. Auf jeden Fall Abigail ist immer noch mal. Sebastian und Maru. Beim Rest müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen. So, bla bla bla. Ich rede die ganze Zeit und mache einfach nischt. So, das kommt darin. Sonst haben wir nix. Das kommt hier rein. Fünf Stück, fünf Stück. Fünf Stück haben wir noch drei. Was wir nicht schaffen, wäre ich könnte hier dann pflanzen. Dann bräuchte ich mich dann in den Arsch. Komm mal. Auf gut Deutsch. So, das, 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 das müssen wir wegbringen. Die müssen wir noch aufprügeln lassen. Trauben. 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 Trauben bringen 38. Oh, noch mehr Trauben. Die Bühne bringt aber nischt. Aber Trauben. So, damit düsen wir jetzt in die Stadt. Gut, ich gehe hier erstmal zum Onkel Schmidi-Buh. Ich könnte hier sogar Gold kaufen, aber... So, dann machen wir uns die mal auf. Kohle. Geil. Irgendwas, das aussieht wie ein Tiger. Ein Hematit. Iron. Dann Pyrite. Stein. Toll. Und... Ein... Aeri. Wat? Gunter. 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 Da ist der Gunter. Ziemlich Wunter. Okay. Gunter. Mein Guter. Schaut mal wieder ein bisschen wat für dich. Packen wir es mal hin. Hier hin. Äh... Hier hin. Und hier hin. Und... Ach ja, die Rolle. Moment. So. Zack. Fertig. Tschüss. Komm gleich wieder. Sicherheit. Ich habe nämlich noch ein paar Geoden, die ich kaputt prügeln lassen muss. So. Hier haben wir noch zwei. Zack. Eine Träne nehme ich. Und noch mal Kohle. Huch. Huch. Was ist das denn schönes? Ein Obsidian. Nochmal Kohle. Irgendeine Pufferwolke. Lunariz. Aber ich glaube das hatten wir schon. Und die letzte. Gibt nochmal so einen Schwamm. So. Äh... Nee, Gunter. Gunter. Aber ich glaube das hatten wir schon. Nee, das hatten wir schon. Okay, zwei Mal noch Gunter. Oh, Alex verkauft Eis. Lecker. Kann ich da ein Eis haben? Oh, ich hätte jetzt wirklich Bock auf ein Eis. So schönes Wetter draußen. Da kann man doch Bock auf Eis haben. You ruined it! Und... Habe ich mich jetzt erschrocken. Puh. Oh geil, eine Racktrop. Nehme ich. Nehme ich. Hallo Alex. Eiscream. 250. 100 Heilung. Wow. Da kaufen wir uns mal zwei Stück von. Dankeschön. Tschüss. Kann man machen. 100 Heilung. Also 100 Energie. Geil. Dafür, dass man sich eigentlich was relativ ungesundes in den Kiemen stopft. Why not? So Abigail, Abigail. Warte. 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 Warte, wo willst du hin? Ah. Do you ever get... Okay. Pretend you just want a free vacation. Where would you go? The beach? A dark cave? The old garden forest? Jojo Mega Mall. Also wenn wir eine freie Wanderung oder sowas gewinnen würden, wo wir immer hingehören? Natürlich eine dunkle Höhle. Äh. Alte Forest. Äh. Strand. Pfff. Kannst du immer hin. Aber eine alte dunkle Höhle? Yeah. Das klingt wunderbar. Ja, das freut mich. Warum drehst du dich weg? Stink ich? Ich Mundgeruch? Ich bin wirklich lieb. Ich bin wirklich lieb. Hier ist der Rest. Der Weg. Ah. Tackeschön. Tackeschön. Oh. Ach so wirklich. Also. Ahaha. So. Ähm. Genug der Spinnerei. Meine Katze beckert auch schon rum. Hier hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich ein bisschen rumspinnen bin und sagt, Oh jetzt übertreiben kommt aber nicht. Maru! Oh. You mean you're growing some interesting crops right now? That says a lot of exotic plants grow on the valley this time of year. Ja, das kann wirklich sein. Für dich hab ich hier auch noch eins. This is a super gift. Thank you. Not for this. Not for this. Ah. Mein Handjuck gerade. Bisschen nervig. So. Sebastian. Hallo. Ist du zu Hause? Natürlich. Hä? You're not enough friends with the best shit. Dann müssen wir wieder warten, müssen wir sein Arsch raus bewegt. Aber da Sommer ist und er ziemlich sonnenfeindlich ist, wird das erst wieder irgendwann abend sein, glaube ich. Ah, blubberblasen. Ah, blubberblasen. Ich hab nicht viel Platz, aber egal. Ich mach mir irgendwie Platz, in dem ich gleich eine Weintraube fress oder sowas. Oh, herr damit. So, stell mal reingepfiffen. Zack, weiter geht's. Aber was dürfen wir uns nicht entgegen lassen? Unsere Blubberblasen nicht entgehen lassen. Niemals. Dann lieber alles andere stehen und liegen lassen, was man vorhatte, und ein bisschen angeln. Sehr schön. So steigert man das Angeln, glaube ich, einfach am schnellsten, indem man einfach Blubberblasen jagt. Ich hätt's doch lieber gerne welche mehr, aber... Oh, 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 was musst du denn? Jetzt. Na komm. Sehr schön. Oh, ne Regenbogenforelle. Sehr schön. Ich muss sagen, ich hätte auch gerne mal wieder einen Regentag. Einfach weil man an Regentagen auch einige Fische fangen kann, die man halt nur an Regentagen fangen kann. Wärts gedacht. Schupp. Zack. Okay. Da komm. Der ist schön. Da wieder etwas widerspinnstigerer hin. Oh, wobei es geht aber. Bullet. Sehr schön. Zu viel Fische. Fische, 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 Fische. Das ist der Ausgleich dafür, dass wir beim letzten Mal nicht angeln konnten, weil wir keine Energie mehr hatten, da haben wir jetzt ein Blubberblasenloch. In der Hoffnung, dass wir vielleicht im Level absteigen. Herr Langmond was und ich habe keinen Platz mehr. Komm, wir machen mal kurz die Steine weg. Scheiße. Steine finden wir hier sowieso. Wir sind da mehr. Da ist mit der ein oder andere Stein dann auch egal. Es waren jetzt nur fünf Steine. Kannst du mit leben. Geht's jetzt schon wieder nervig? Okay, dann schmeißen wir die Blume weg. Blume weg. Aldi bringt keine Energie und verschenken wir. Ja, hab ich jetzt keine Bock drauf. Ich will jetzt lieber Fische. Fische, 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 Fische. Sehr schön. Ah, ja gut. Komm. Jetzt haben wir jetzt mal im Inventar. Bitte jetzt nur noch Fische von derselben Ranggröße, damit ich die stapeln kann, ja? Dankeschön. So. Hoppala. Na, na, na. Komm schon. Sehr gut. Sack. Noch einer. Was hab ich denn eigentlich schon fürs Bundle? Ich mein, ja, oder? Springen wir gerade nicht. Ja, boah, spring nicht so. Das einzige was ich hasse, wenn Fische so hüpfen. Zack. Und noch einer. Wie viel Glück wir gerade haben. Also wenn das kein Level abgibt, dann weiß ich auch nicht weiter. Lalo. Das ist ein bisschen ruhigerer Fisch. Das ist noch eine Regenbogenforelle, sehr schön. Regenbogenforelle braucht nur für keinen Bundle, ne? Ja, toll. Dirty Glass kann direkt mal weg. Äh, Broken Glass nicht. Oder was Dirty? Ja. Es war eine alte verrundste Brille, also äh, mein guter Vortex, ne? Das nächste Mal wirst du deine Brille bitte nicht bei mir hier in den See. Das ist nicht nett. Ist ja schön und gut, dass du deine alte Brille nicht mehr brauchst, aber das ist Umweltverschmutzung. Nur damit du Scheid weißt. Und jetzt hab ich ein kleines Problem. Ich kann nix davon wegwerfen. Na komm, scheiß auf. Hä, wo's? Jetzt hab ich den Fisch nicht eingesteckt, oder was? Ne, ey, Gott. Ist ja auch nicht so tragisch. Ja, ist ja gut. Ich komm ja schon nach oben. Ich kann die Kiste haben. Ne. Was bist du? Hör auf damit! Hör auf damit. Ich will dich auf meinen Grill werfen, auch wenn ich keinen habe, aber ich werde mir extra einen für dich machen. Oke, Junge. wunderbar steine ich wollte eigentlich den markt wir sagen kauf mache ich nicht ich beschäftigt na ja egal ich werde so lange das jetzt da ist angelig hier auch so lange das jetzt da ist angelig hier tut mir leid wenn das jetzt so angelastige folge wird aber ich finde halt diese blase hat man nicht alle tage was doch mal dass der fisch of speed und deswegen möchte ich die schon ausnutzen einfach ins fischen halt zu leveln neue sachen zu kriegen im übrigen erraten ich jetzt mal ein kleines kleinen content das ist kein fun fact ist eine tatsache und zwar jetzt ist es weg toll und zwar wird es bei bei uns auf dem der ist immer noch nicht draußen bei uns auf dem twitch kanal und halt auf dem channel selbst ein gewinnspiel geben zu einem relativ neuen game das rausgekommen ist mehr dazu erfahrt ihr dann aber im info video wie ihr mitmachen könnt wie das ganze abläuft also haltet euch schon mal bereit abonniere diesen channel am besten damit ihr es nicht verpasst folgt uns auch auf twitter wo er kommt raus endlich folgt uns auch auf twitter denn da werden auch weitere informationen bekannten geben und auch auf unserem twitch channel da wird das ganze nicht hauptsächlich ablaufen er ist das secret my mom loves spaghetti ist der favorite oder geschild wird auch bei ihm ein grünes muselchen passiert und was wir noch mal reingehen nein okay das ist wahrscheinlich auch so eine frage wie man das am besten bei ihm abfängt diese herz events das ist ja immer so eine sache gut wir haben ordentlich geangelt das nicht geschafft was wir wollten das ist so typisch für mich hier sind wir mal ich komme gleich wieder ich komme gleich wieder dann haben wir das zusammen für den für silo das doch auch gut so jetzt noch ganz schnell gucken bevor ich das verkaufe das habe ich das habe ich davon habe ich noch nix davon habe ich auch noch nix hier bräuchten lang worden der musik behalten und bull hat unten kam okay okay ich hatte letzte schnecke nein ich bin ja so das bräuchten da ist noch ein bullet wir haben nur ein kam so die weg das kann jetzt auch wenn die kommt jetzt auch mal weg die drei fische fürs bundle das haben wir uns kurz das oben noch kann ich gerade aber hier reingucken gehen dass die pilze sagen sind auch schon wieder fertig sehr schön den lelapilz kann ich eigentlich auch mal im inventar behalten weil der halt einfach auch ein bisschen was hier so jetzt kommt das rüber das rüber das rüber so theoretisch gesehen upsala 12 schön gut zwei davon die brauchen wir dann für den herbst das ist sehr gut jetzt haben wir hier auch elf von das heißt davon das müssen wir mit dem das müssen wir mit dem stein müssen morgen mitnehmen und das gold haben wir so oder so und dann können wir uns endlich so ein silo bauen ja cool ich bringe mal gerade die fische doch schnell weg damit die mich im inventar nicht groß stören ein bisschen zeit haben wir noch ein bisschen zeit haben wir noch weil sonst komme ich doch auf die idee trotzdem zu verkaufen oder so so war das hier war das ne 1 2 ja geil wunderbar gehen wir oben rum nach hause und dann gehen wir schlafen ist ja auch schon spät ist er auch schon spät das bedeutet jetzt aber da wir bei sebastian das grüne herz haben können wir jetzt auch im zimmer und müssen jetzt nicht immer ständig warten bis der gute herr sich raus bequemt was die sache natürlich erstmal um ein vielfaches erleichtert ich weiß gar nicht ein geschenkern können wir doch geben wunderbar ach ja ist ja sonntag stimmt ja ist ja eh resettet worden die woche da war ja was so katze macht schon heuer ich gehe jetzt auch heuer machen mann es hat mann geregnet sehr schön ich habe voll den verschmierten monitor sehe ich gerade ich muss den unbedingt mal so machen 10.000 gold und schon wieder so ne theoretisch gesehen könnten wir boah glück wir müssen eigentlich in die mine theoretisch gesehen was tausend was siehst du da gerade ein anderes von dir theoretisch gesehen müssten wir jetzt eigentlich ähm was warum ist hier ne krähe ich hab da ne vogelscheuche stehen müsst ihr mich verarschen bäh ok nein theoretisch gesehen hab ich vergessen was ich sagen wollte scheiße äh entschuldigung ich hab wirklich keine Apfel ich weiß es nicht mehr ist ja auch egal ok so dann werden wir uns jetzt gleich ein silo bauen lassen ähm ich muss nur schauen wohin ich denke mal ich werde es unten hin bauen lassen also hier neben äh kannst du mal bitte sein dann verschwinden dann verschwinden wahrscheinlich hier neben dem äh fluss das war im teich also hier so hin werde ich es erst mal stellen lassen da stört es glaube ich kein oder ich stelle es hinten hin da müsste ich aber dann glaube ich erst noch frei klopfen das ist auch eine idee okay wir schauen jetzt gleich mal kurz und dann machen wir uns da ein bisschen Platz frei und dann machen wir das schon so jetzt gehen wir erstmal hier in die drei äh Krümel die ich hier noch hab wie gesagt ich baue hier mit Absicht nichts mehr hin äh in die Mine gehen wir gleich natürlich auch noch und da ist gut dass wir ein bisschen Gold finden einfach weil wir es können weil wir gut sind weil wir gut sind so mhm mhm so das ist für den Herren so was schon dann nehmen wir jetzt mit äh 10 davon ups 5 davon und äh ich weiß gar nicht ich gebe mal 100 Steine mit ich denke in Sky so wo können wir es denn hinsetzen hier hinter das Gewächshaus wäre doch ein guter Platz oder? ich denke schon direkt hinter das Gewächshaus da stört es keinen da sieht es keiner also seht es schon jemand aber okay wir wollen es hier hin ähm ja gut dann gehen wir erstmal hoch bis wir da sind es noch 9 Uhr und äh Robin sollte geöffnet haben dann errichten wir gleich unser erstes Gebäude schön freut mich weil dann können wir auch endlich mal ein bisschen das Zeug da absegen hallo ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen es ist alles da sehr schön ich hoffe das passt jetzt auch dahinter aber wahrscheinlich nicht ich habe es mir gedacht scheiße mhm ist hier zufällig irgendwo ein bisschen Platz etwas so rein zufällig guck mal hier guck mal hier rein zufällig ist genau hier Platz schnell was da unten hin okay und start working early okay mach das jetzt jetzt hat er zufällig sein Computer oh hey gimme 1 sec gib mir eine Sekunde okay gut ich bin hier ich guck mal hier ich guck mal hier zu okay sorry über das ich nur musste nachschauen was ich arbeitete ach kein Problem das kenn ich ich möchte auch immer das fertig machen was ich bearbeite Ah, ask him what he is working on or complement the deco in his room. Ah, sollen wir mal fragen was er arbeitet? Können wir fragen an was er arbeitet? I don't feel that's work as a programmer. Okay. That was an instant message from Sam. I guess he wants to hang out. And I don't really feel like going out today. Ah, Robin. Ah, hi, Sordat. Hallo. Sabi, I know you don't like it when I come in here. But I ran into Abigail in the store and she said she was looking for you. Oops. Did you tell her I'm working? I did, but she said she probably stopped by anyway. No one takes my job seriously. No one ever boss Mauro when she's working at the clinic. Does everyone think I'm just surfing the web all day? Entschuldigung. Nein, niemand denkt, dass du den ganzen Tag nur blitzigst. Wie fahren wir noch seine Karriere ziehen? Well, I'm trying to save up so I can move out there probably to the city or something. You know, if I'd gone to college I'd probably be making six figures right now. But I just don't want to be part of that corporate and retinaries, you know? Well, and I guess I'd just be more comfortable hidden behind the computer than I'm dealing with people face to face. Well, I should get back to work. I need to get this model finished by tomorrow. Okay, Entschuldigung. Wir waren wohl nicht so willkommen wie ich dachte. Er hasst uns. Und jetzt liegt er auf einmal noch im Bett. Hehehe. Ich finde es schon sehr komischer. Oh, ich finde es wie ich. Ich finde es wie ich schon mal. Ich finde es wie immer, ich finde es wie ich sie. Ich finde es wie ich. Ich finde es wie ich sie. Ich finde es wie du in der Mitte. Vielen Dank.